ARD Text im Auftrag von Funk 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 Piktik von der Passat auch nicht gerade wie ich habe bei den Deutschen weiter nicht so bekannt zu sein das ist ich bin jetzt mal die Zuhörer ähm, ja. Och, du hast Dordio noch bis zu Ende da. Ich hab' ich keine Steine mehr. Weg. Damit. Weg. Damit. Weg. Damit. Weg. Damit. Wunderkart. Ah, unterbrechen. Wunderkart. 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 Auftauchen. Auftauchen. Ähm. Ah, es nervt doch. Total. So. So. Den kann man da wieder hinsetzen. Und die paar, die wir jetzt arbeiten, können wir auch wieder an die Steine zu sehen. Weil ich finde, als Mauer passt das voll gut. Äh. Fail. Ich hab' überlegt, ob ich die Mauer so hier noch in den Wegmauer und dazwischen dann so'n Weergang bau. Mal gucken wie ich das mache. Äh. 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 Oh, dies, 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 dies. Wir haben Mauerbaum, Mauerbaum, Mauerbaum. So. Immer mehr Steine für Mauerbaum. Die Lava kommt... Oh, wie... Ah, hab ich... Ah, da hab ich die Lava wieder. Nehmen wir mal... Die Lava reinpacken. Ganz viele Steine. So. Dafür packen wir erstmal die Erde, die wir später wieder wegwerfen müssen. Ich hab' so viele behalten, weil ich dachte, ich brauche eh wie viel für das Aufbewahren... Äh, auffüllen, ja. Aha. Womit ich ja nicht so ganz so Unrecht hatte. Ja. Weiter geht's mit der Mauerbaum. So. Na, ich könnte ja mal kurz hier ausfüllen. Ach, wenn's doch nö, dann hab ich ein kleines Problem, denk ich. Von wegen Skeletten, aber sonst... Nicht. Na... Ja. Na, sonst eigentlich nicht vergift. Oh, jetzt wird's aber dunkel. Hm, ich hab' nicht auf die Uhr geachtet. Da unten. Also, die Endgame-Uhr war die richtige Uhr, weiß ich. Ähm... Da hab' ich wohl... ... 15 Uhr... ... 7... ... 7... ... gestartet. Circa. So. So. Da. 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 Ja. Da, 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 da. Ja. So. Und noch ne Reihe. Na, 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 na. Stein vergessen. Ähm. So. Ups. So, nächste Reihe. So. Wack, wie viele Steine das braucht. Ähm, wie schaffe ich's jetzt, lebend nach unten? Ohne, fielen und... Ähm... Ja, zwischendurch brauchen wir hier wenigstens einen Aufgang. Aufstehen wir mal. Oh, das habe ich ja ganz verabrennt. Ja. Oh. Muss ich ja noch mit Erde wieder aufstehen. Stimmt ja. Fail. So. Ungefähr so. Ja, das ist jetzt genau wie in dem Glas. Egal. Nein, den wollte ich da nicht haben. Wow. Ja. So. Ah, nein. So. Ah, nein, nein, nein. Ich hab's gehört. Ich weiß zwar nicht, wo der herkam, aber ich hab's gehört. Ja. Okay, dann schmelzen wir den Dratier eben nicht ein. Ach wohl, ja. Hier kommt die Erde hin, Erde, ja. Verdammt, aber wie komm ich da jetzt wieder nach oben? Oh. 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 Oh mein Gott, das hier. Ich geh wieder in mein Haus. Noch eine Minder, ja? Nachts ist doch noch nimmst. So, einschmelzen. Das weiß man, ich geh Mal mit in die Minder. Ja, da haben wir ja eeeewig und drei Tage gesetzt. Oh, hier gibt's auch nichts, sonst ist man das halt. Ja, boah. Was kann man denn hier machen? Also nicht so viel. Oh, ich hab immer hier noch keine Schiene hinterlegt. Ja. Ach. Ist doch alles ein bisschen doof hier. Gehen wir mal in meine Richtung hier noch. Ähm, da sind die Fachkräfte. Ich brauche hier auch ne Workbench in der Nähe, also perfekt. Das ist echt Müll. Ähm, ja. Mal gucken, wann wir in die Hölle gehen. Äh, weil das nicht. Oder überhaupt, die in die Hölle gehen wieder. Das ging ja gar nicht. Wir haben keinen Koffel dabei, also wir müssen uns irgendwie nur Kollegen helfen. Wir haben jetzt hier einen zu machen, wäre zu lange für das Video. Hm. Hm, ja. Finden wir hier noch mal was? Wird sich nach da nicht schon sagen. Aber, irgendwie das Video, äh, das Video sei schon. Ja, zauke ich mal an. Wir haben ja irgendwie nie was gesagt. Und wegen Tanschen... ...Holera. Und das habe ich auch schon gesagt. Und wegen Destauten habe ich auch nie was gesagt. Hm. 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 Also was gibt es wieder was gibt es hier, irgendwie. Wenn... Dann müssen wir mit der Schraufel reinsehen. Ich weiß nicht. Ähm... Wett so? Ich weiß nicht. Ja, Eisen. Ich liebe Eisen. Ich könnte mich hier mal wieder wiederholen. Ah, ich liebe Eisen. Ich liebe Eisen. Eisen vor sie mir. Eisen vor sie mir. Brot für die Welt. Ach, das war's. Tja. Ähm... Oh. Schlau gebaut hier. Mich nicht. Ähm... Ja. Ähm, hiermit mach ich auch einen Cut. Bis zum nächsten Mal, wenn's hier heißt Let's Plan Minecraft. D Vielen Dank.